Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, JustusTV. Heute geht es hier endlich mal wieder weiter im Partykeller. Allerdings, das erst nach dem Intro. So meine Freunde, es geht wie gesagt weiter jetzt im Partykeller. Wir werden Regale aufhängen und vielleicht noch ein bisschen mehr. Müssen wir mal gucken, wie das mit der Videolänge so hinhaut. Auf jeden Fall fangen wir jetzt erst mal an mit den Regalen. Ich habe schon ein bisschen was vorgezeichnet hier an die Wand. Ich weiß nicht mal, ob man das sieht. Aber diese kleinen Regalteile hier sollen auf jeden Fall da jetzt an die Wand kommen. Weil die hier perfekt bündig mit meinem Sofa abschneiden. Und das gefällt mir. Das ist so richtig schön Symmetrie. So eine kleine Symmetrie-Ruhe. Auf jeden Fall hätte ich uns gesagt, sonst kommen die da hin. Aber da wäre das halt nicht so geil gewesen. Tja, da muss ich mir wohl was anderes überlegen. Vielleicht noch ein anderes Regal kaufen. Vielleicht andere Regalbretter. Weil da soll auch noch was drüber. Um unter anderem diesen Metall-Dings hier, Metall-Penöpel da zu kaschieren. Weil das sieht echt nicht gut aus. Ja, und ich würde sagen, wir legen los. Erste Zeitraffer, let's go. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, Leute. Was ist hier los? Ich habe mir vorgestern was bestellt. Es ist heute Morgen angekommen. Acht Uhr. Pünktlich auf den Samstag. Das ist natürlich hellwach. Früher Morgen, da hat man ja mega Bock drauf. Ja, aber jetzt haben wir die Minibar hier. Wir haben das Eckregal für dort hinten. Und wir haben hier ein paar neue Regale. Also was ähnliches wie da, nur ein bisschen dicker. Und die kommen eins dahin und eins dahin, denke ich mal. Darum würde ich mich jetzt erstmal kümmern. Deswegen würde ich einfach spontan sagen, kümmern wir uns erstmal um das Eckregal, was hier hin soll. Und dann um alles weitere, weil wir müssen ja irgendwie den Kram da raus ja irgendwo verstauen können. Dementsprechend, let's go, nächste Zeitraffer. Das war's. 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 Das war's.